Ist gar nicht da, oder? Das war doch der. Ah, guck mal, Bella Lara. Hier. Oder Autophylo7. Warum machen wir die Sachen nicht etwas interessanter dieses Mal? Wenn ich gewinne, nehme ich das Silberband, was du trägst. Na gut, und wenn das Haus gewinnt, nehme ich dann Lauter. Gut, ich akzeptiere. Ah, okay. Two dice, Schroes, it's eight. Ah, okay. Okay, ich hab gewonnen. Wahrscheinlich, weil ich mich... Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt verlieren hätte können. Äh, fordere ich mir die Chance zu werden, später. Äh, ich denke, es ist Zeit zu gehen. Puh. Okay, boah. Können wir aber auch gleich zu Silas rüber gehen. Oder? Das war doch der nächste Punkt. Return to Silas hüftis oder ja. Ich weiß nicht, ob man verlieren hätte können. Ich weiß nicht, ob man generell gewinnen kann bei dem. Ich mag diese Klugspiele nicht so, weil dann ist halt alles weg. Und ich laufe natürlich irgendwo anders hin. Ist das eine Truhe, die ich öffnen kann? Ich glaub, die hätte ich schon mal geöffnet. So. Silas, ich komme. Silas. Ich bin auf dem Weg. Ich habe den zweiten Ring. Ich hab keine Ahnung für was du denn brauchst. Ich hab keine Ahnung für was du denn brauchst. Der Teller ist... ...gefüllt. Ist gut. So. Ich hab's jetzt einfach nur mal ausgezogen. Wird's ein bisschen schneller geht hier. Weil das nervt schon ein bisschen. Die Leute, ich muss zurück. Oh, und ich hab den Silberring von der Maus. Oh, und ich hab große Neuigkeiten. Ein Gefangenentransport. Wird sie einstoppig machen. Auf dem Weg nach Jura. Und mehrere ist mit ihm. Bist du sicher? Natürlich bin ich sicher. Ihr Name ist auf dem Schiffsmanifest. Es ist due to make harbour any time now. Oh, okay. Wo ist der Hafen? Okay. It could be right where you go and know your... ...if you need me. Right. This will go around. Äh, crazy. Wir haben jetzt den... ...zum Gefangenentransport... ...zum Hafen. Der Hafen, wissen wir wo der ist? Der ist nämlich ganz unten. Da waren wir noch nicht. Fuck, Alter. Was hab ich mir jetzt vergessen hier? Mann. Huiuiui. Hätte ich mich fast erwischen lassen. Hm. Na dann. Nehmen wir doch mal die abkürzen, oder? So. Eigentlich... Wir könnten... Das würde ja keinen Sinn machen, dass wir jetzt noch anderes Zeug machen. Immerhin unsere geliebte Frau... ...endlich... Das ist eine Möglichkeit da, sie wiederzusehen. Auf geht's. Nach unten. Die Shore hatten aber noch nicht. Und davon haben wir schon eine Lab. Bin mal gespannt. Da wird wahrscheinlich noch so ein Kapitel kommen, oder so. Nicht die Karte kommen. Hm. Das ist ganz grundlegend. Hm. Hm. Ähm. Warum ist da eine Riesenkrabbe? Soll ich irgendwo speichern? Komm mal hier. Ja. Elevator Gate Key. Aha. Ich bin ein bisschen Schüssel. Hm. Goldnabbit. Ja. Hm. Okay. Also. Quest. Hier. Read the prisoners transport and send error. Okay. Eigentlich. Können wir ja davon ausgehen. Das geht hier nicht noch an, was ich noch gar nicht probiert hab. Tools. Hm. Na guck mal. So geht das doch. Na. Na guck mal. will ich mir reden. Was ist denn los? Hier ist absolut nichts. Ich hoffe, es ist nicht, dass ich im Stack bin. Das ist eine dicke Frage. Ich denke mal... Ich habe doch die Flut irgendwo bekommen. Oder ist es nur... Ich habe gerade so keine Ahnung. Gesicht ist einfach nur... Das ist nicht... Hm... Hm... Vorne sagt es noch ein Durchgang gegen... Oder... Oder... Äh... Ist das bescheuert? Hm... In dem Fall... Dann komme ich hier noch hoch. Nee, komme ich auch nicht. Da komme ich hoch. Finde mir gar nichts. Ich will nur sagen... Ich mache es einfach mal... Ich gucke mir mal die Lösung an. Weil das passiert jetzt absolut gar nichts. Hier so rumzurütern. Das hat... Gar keine Ahnung. Nee... Ich mache es jetzt mal so. Naja... Dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. So... Ich habe noch mal ein bisschen was anderes geguckt. Und ich glaube, es geht noch einen anderen Weg. Das hat ja auch Silas gesagt. Ich habe noch eine Frage... Wollte ich jetzt finden. Ähm... 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 Ich habe zumindest mal einen Weg gesehen, wie man es schießen kann. Ähm... Ach Gott... Da habe ich aber keine Lust drauf. Ähm... Ähm... Was kannst du hier? Ah, der Quicksil, das wird auch da dran, ist gut. Jetzt nehmen wir doch mal den Weg, den wir eigentlich schon mal freigeschaltet haben, den wir noch gar nicht gesehen haben, den nehmen wir doch einfach mal und gucken, was dabei rauskommt. So, dann gehen wir mal durch den Gemüsegarten, das wäre am schnellsten, bis nämlich hier. So, dann ist mir zum... ... 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 Es geht auf jeden Fall hier runter, ja? Norman Slopes, ja. Ja, 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 es ist gut, es ist gut, es ist gut. Au, 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 au. Lass mich doch in Ruhe. Hm, sehr episch das hier. Was ist denn hier hinten? Wann hab ich denn das angezogen? Das so hier. So, damit ich mal ein bisschen schneller hier unterwegs bin. Hm, hm. So richtig gibt's jetzt auch nichts. Hätte nicht auch was verstecken können. Hm, hm. Das ist alles rotes. Hier liegt zu viel Zeug rum.